Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barbecue Schwabe. Heute mache ich mein Leibgericht, das ich mal auf der Skipiste esse, ein Tiroler Krüstel. Und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Für das Tiroler Krüstel brauchen wir natürlich Kartoffeln, die habe ich am Vortag schon mal vorgekocht. Das sind am besten festkochende Kartoffeln, dann eine Zwiebel, Eier, ein bisschen Schnittlauch, dann Tiroler Speck, etwas Kümmel, dann Schweineschmalz oder so wie ich jetzt Butterschmalz. Würde natürlich auch mit Öl gehen, aber das ist geschmacklich ein bisschen besser. Dann gekochtes Fleisch. Ich habe hier jetzt eine gekochte Hochrippe. Es würde natürlich auch ein anderes Seedfleisch gehen, ein Tafelspitz oder was man sonst hat. In Tiroler Krüstel habe ich schon viele Sachen gesehen. Viele machen irgendwie Fleischwurst rein. Also es ist eigentlich so eine Art auch Reste essen. Wenn man Landjäger hat oder irgend sowas, kann man alles auch mit reingeben. Ich bereite erstmal alle Zutaten vor, wie ich sie brauche, präpariere alles und dann fangen wir an, die Sachen anzubraten. Bevor das Video weitergeht, abonniere gerne den Kanal. Somit verpasst du in Zukunft kein Video mehr. Und jetzt viel Spaß bei dem Krüstel-Video. Als allererstes nehme ich mir die Zwiebel und schneide die in feine Würfel. So sehen die geschnittenen Zwiebelwürfel aus. Die stelle ich zur Seite und schneide mir den Schnittlauch fein. Den Schnittlauch einfach so fein wie möglich runterschneiden. Den Schnittlauch gebe ich dann ebenfalls in die Schüssel. Anschließend nehme ich mir den Tiroler Speck und mache hier erstmal die Schwarte weg. Dann versuchen wir dünne Scheiben erstmal runterzuschneiden. Aber man kann sich das ja auch einfach bei einem Metzger holen und der Metzger schneidet es einem vor, wie man das haben möchte. So, die Menge sollte eigentlich reichen. Ich schätze mal, das sind so 80 bis 100 Gramm. Und die schneide ich jetzt in feine Streifen. Dafür nehme ich mir einfach hier ein bisschen halbiert das Ganze erstmal. Und schneide es dann hier runter, dass ich hier schöne Streifen habe. Es muss nicht zu dünn sein. So sehen die Speckstreifen dann aus. Die stelle ich mir jetzt auch zur Seite und mache mit dem Fleisch weiter. Das Fleisch schneide ich mir dann auch einfach zurecht, so wie ich es brauche. Ich würde hier sagen, eventuell so Würfel oder Stücke, so ein bis zwei Zentimeter groß. Sollte nicht zu klein sein, weil es eventuell später auch noch beim Garten ein bisschen zerfallen kann. So sehen meine Seedfleischwürfel aus. Die gebe ich jetzt auch in die Schüssel. Ganz zum Schluss nehme ich mir dann die Kartoffeln und schneide mir hier so Stücke raus. Also ich will hier keine Bratkartoffeln, das soll nicht zu dünn sein. Aber auch nicht zu dick. Also ich schneide mir hier einfach solche Stücke raus. So ungefähr. Und so sehen die fertig geschnittenen Kartoffeln dann aus. Und wenn ich jetzt alles vorbereitet habe, dann kann ich anfangen die Sachen anzubraten. So als erstes gebe ich hier ein kleines bisschen Butterschmalz in die Pfanne. Hier gebe ich dann die Zwiebeln rein. Und gebe hier auch gleich die Speckstreifen dazu. Ich gebe hier dann schon mal ein kleines bisschen Pfeffer dazu. So wenn die Zwiebeln und der Speck ein kleines bisschen Farbe haben, dann gebe ich das wieder in die Schüssel. Und mache es raus aus der Pfanne. So sieht das Ganze dann aus. Das stelle ich mir auf den Grill. Hier habe ich einen Brenner an, dass es alles ein bisschen warm bleibt. Dann stelle ich die Pfanne wieder auf meinen Seitenbrenner. Und gebe hier jetzt einen guten Löffel Butterschmalz rein. Wenn das Butterschmalz dann soweit aufgelöst ist, dann gebe ich hier die Kartoffeln rein. Hier gebe ich dann gleich schon mal ein bisschen Salz drüber. Und so lasse ich die Kartoffeln jetzt anbraten, bis sie schön Farbe haben. In der Zeit, wo die Kartoffeln anbraten, nehme ich mir ein bisschen von dem Kümmel, gebe das auf mein Brett. Und hacke das Ganze dann ein kleines bisschen durch, dass die Kümmelkörner ein bisschen kleiner und feiner werden. Ich brauche hier auch noch ein Spiegelei. Dafür habe ich mir jetzt hier die Brenner angemacht. Und werde das auch einfach in einer geschichteten Pfanne. In der Zeit, wo die Kartoffeln anbraten, nehme ich mir mein Spiegelei hier anbraten. Gehe hier dann ein bisschen mit Kräutersalz drüber. Und auch ein bisschen Pfeffer und noch ein bisschen normalen Salz. So, die Kartoffeln sehen mittlerweile auch ganz gut aus. Hier gebe ich jetzt den Kümmel dazu. Wenn ich den Kümmel drin habe, dann gebe ich hier mein gekochtes Fleisch dazu. Rühre das Ganze dann ein bisschen um. Wenn das gekochte Fleisch dann auch schon ein bisschen warm ist, man sieht, das ist hier schon weich und es fällt ein bisschen auseinander, dann gebe ich meinen Speck und die Zwiebeln wieder dazu. Ich vermische das Ganze hier auch wieder gut. So, jetzt ist das Ganze schon fast fertig und wie immer einmal probieren und das Ganze dann dementsprechend abschmecken. Und ganz zum Schluss gebe ich eine gute Menge von meinem Schnittlauch dazu. Kleines bisschen hebe ich mir auf für die Deko später. Dann nehme ich mir einen Teller zum Anrichten oder man könnte es auch machen wie auf der Skihütte. Man nimmt sich eine gusseiserne Pfanne und macht da alles rein. Aber ich nehme jetzt hier einfach einen Teller. Das Ganze dann einfach zum Anrichten auf den Teller. Dann nimmt man die Spiegeleier. Macht die hier auch einfach drauf. Dann nehme ich mir den Schnittlauch, den ich übrig gelassen habe und gebe den hier einfach als Deko obendrauf. Und so sieht mein Tiroler Krüstel aus. Und das probieren wir jetzt mal. Also mein selbstgemachtes Tiroler Krüstel schmeckt hervorragend. Die Atmosphäre ist nicht die gleiche wie auf der Skipiste, auch wenn hier ein bisschen Schnee liegt. Aber dennoch schmeckt es super. Vor allem dieser Südtiroler Speck ist hervorragend dazu, muss ich sagen. Und ich glaube es war ganz gut, dass ich noch ein bisschen Kümmel dazu gemacht habe. Ich weiß, viele Leute mögen Kümmel nicht so. Aber ich finde zu so einem Gericht, beziehungsweise bei dem Gericht, ist es auf jeden Fall wichtig, dass Kümmel drin ist. Ich mag es auch bei vielen Gerichten nicht. Aber hier finde ich, muss es drin sein. Weil es einfach diesen typischen Charakter von diesem Gericht mit sich bringt. Und es ist auch einfach, ja, es gehört einfach dazu. Es bringt diesen gewissen Geschmack. Auch dieser Geruch allein, wo ich es vorher schon angebraten habe, hat es einfach daran erinnert. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn das so ist, abonnier gerne den Kanal und like das Video. Bis zum nächsten Mal.